servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal ihr wollt dieses mammut beziehungsweise nicht genau dieses mammut aber ihr wollt einen mark mammut euer eigen nennen und habt aber noch keins und wisst nicht wie ihr am besten an eins rankommt dann habe ich gute neuigkeiten für euch denn über die traumsprünge lässt sich ein solches mount relativ einfach ergattern die betonung liegt auf einfach im sinne von ihr müsst nicht viele schwere sachen dafür erledigen nicht schnell das dauert einen kleinen moment aber wer regelmäßig seine traumsprünge macht der sollte in weniger als ein paar tagen damit durch sein es handelt sich dabei um das erneuerte mark mammut also es ist quasi wie dieses mark mammut nur mit einem eher gelblichen farbton und anstatt diesen eimern mit hörnern dran nenne ich es jetzt einfach mal habt ihr hier wie so töpfchen an der seite dranhängen also das ist der unterschied zwischen den einzelnen mounts ansonsten ist es das gleiche model und das ist die mount special animation und so weiter und so fort sieht eigentlich ganz nett aus ist kein schlechtes mount und mir gefällt ehrlich gesagt dieser gelb farbton ganz gut aber zum thema wie bekommt ihr jetzt dieses mount dafür müsst ihr diese dinger hier farmen verkohlte elementar überreste benutzen kombiniert 20 verkohlte elementar überreste um etwas neues zu schaffen sobald ihr 20 stück von diesen dingern im inventar habt dann bekommt ihr das mount wie bekommt ihr die elementar überreste das hat jetzt mit den traumsprüngen zu tun ihr müsst natürlich dann immer wenn das ding beginnt jede halbe stunde zum traumsprung gehen und dann kriegt ihr ja verschiedene aufgaben gestellt oder können verschiedene aufgaben machen hier seht ihr auch noch mal das mount in reinform was ihr hier jetzt machen müsst und da ich das gerade nicht nachmachen kann aber ich hatte es schon mal im video aufgenommen wenn ihr euch für einen traumsprung angemeldet habt seht ihr hier dieses feuer portal symbol auf der karte da ist immer dieses bonus event dass ihr die druiden der flamme weg rammeln müsst und sobald ihr diesen balken gefüllt habt spawnt ein besonderer gegner das ist einmal pro traumsprung also das könnt ihr nicht beliebig oft wiederholen und das macht den part halt etwas nerviger sage es jetzt mal zu farmen da geht ihr rein haut den dud um und daraus droppen dann letzten endes die verkohlten elementar überreste pro kill habt ihr die chance ein bis drei stück davon zu ergattern also nach adam riese braucht es mindestens sieben kills eines solchen lieutenants damit ihr diese 20 stück voll bekommt das gute an der geschichte ist aber ihr müsst natürlich nicht den gesamten traumsprung durch rödeln es reicht vollkommen wenn ihr jetzt seht okay in fünf minuten ist ein traumsprung geht dahin stimmt ab geht in den traumsprung rein fliegt zu dem portal klatscht den mob um das dauert vielleicht drei minuten oder so und dann seid ihr fertig bis zum nächsten mal also selbst der zeitaufwand ist nicht allzu riesig aber ihr müsst halt mehrmals in dieses event rein damit es funktioniert damit also danke an euch fürs zusehen und ich würde sagen bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen